hallo und herzlich willkommen hier ist eine weitere frage hier der karte von thüringen 3.101 ja dass diese devise wurde jetzt geflüchtet leider nicht ganz so zufrieden stellen zu viele stellen dabei die noch nachwahlungswürdig sind mehr in der mitte ich weiß gar nicht wieso das so gemacht wurde von kursberg aber gut teilweise verrutschte ich mal aber in der mitte so ungefähr denke ich mal wird es nicht so sein ich werde einfach mal das nacharbeiten jetzt ja auch nix könnte mehrere ursachen habe ich weiß nicht genau was fehlt wahrscheinlich wohl auch hier ja und wenn man ein problem hatte ja ich den unteren abmord wieder geabredet hoffe das nicht schief geht das zu sehr durchdrehen reifen bekommt und trotzdem packt und hier ist wieder regen angesagt für die nächsten zeit ja ich hoffe das beste daraus hat das bei der ernte von getreide das nicht zu sehr hinaus zögert ja bald noch ein sammeln wollte ich denke denken wir haben noch nicht gemacht auf der anderen scheinwiese ansonsten ja wir schauen wir haben heute wieder viel im sommer großarbeit haben wir also aktuell nicht gedüngt ist alles soweit ich weiß beziehungsweise das steht vor eben ganz kurz gucken und müsst ihr farblich gesehen ja nicht ganz also in der mitte muss er noch beziehungsweise mal außenrand ich habe den ja nicht gespeichert das ist schlecht aber ich würde mal ganz einfach mal von vorne starten sozial nix das macht sich mit dem helfer jetzt schlecht die ganze ecke nachzuarbeiten ich werde jetzt halt grob schauen dass wir jetzt am rand am beginn und dann kann man ja wenn ich nicht vergesse unterbrechen dann ist er hier fertig dann fährt er jetzt ungefähr 13 mit vollgas dann muss ich mal ganz kurz im allradmodus was ändern das aktiviert sich leider weil wir aktivieren das allrad ist naja auch nicht viel besser aber das ist auch nix so da sind wir da am feldrand feldmodus und düngen der regen ist da gut ist halt so ne vorgewende keins 2 natürlich muss ich davor auf feldmodus anklicken und dann können wir generieren und wenn das optimal laufen wird und würde wäre das zuerst außenrand fertig dann könnte man sagen okay das wird dann funktionieren ne denn hier komplett fehlt ja noch was und hier oben na gut dann muss man noch arbeiten ne bei der 10 erfahre nichts doch ich dachte schon hier ist es ja schon mal zu laut hier ist fertig bis auf die kleine ecke machen wir gleich kennen wir auch gut Dünger fast alle ich hatte jetzt ja in der letzten Folge bei der Aufnahme von dem Marsch Dünger und sagt gut verkauft das können wir jetzt hier einkaufen also wir müssen jetzt nicht unbedingt bei Müller einkaufen das können wir noch bei globalen machen zumindest ein Anhänger 70.000 Liter und ein Anhänger 70.000 Liter sagt gut ist nicht viel aber am Anfang falls wir hier was brauchen würden dann wäre das gut ich überlege ich mir noch hier ein Strickel zu kaufen nicht mit dem Unkraut sondern um das alte Gras zu entfernen dass wir beim nächsten Mal da keine Probleme bekommen wegen wenn das mal trocken werden sollte für Heu und so ne mit dem wir da die Geräte aufnehmen das ist schlecht wenn er da alte dazwischen kommt also zwei Sorten da das wie beim Getreide ganz grob wenn man jetzt zwei Sorten hat Weizen oder Gerste und er fasst jedes Mal in die neue Frucht rein in die andere Frucht dann entweder wird das Blut da stehen und geht nicht weiter oder er löscht den alten Betrag und macht dann die nächste Frucht dann auf Null wenn er auch nicht ans voll ist klar wenn er voll ist dann äh klar müm wir mal automatisch zurück halten halt Null zum Winzer naja wollen wir nicht so auf geht's ne ich schalte mal durch ja im Wald sammeln das mache ich mal gleich und hier will man gleich mal den den Kollegen starten mit Mist Motor starten und auf geht's ja auch hier will ich später mit Geräte mit Geräte arbeiten ja auch hier will ich später mit Geräte mit Geräte arbeiten aber die WGH muss gefüllt werden das heißt hier äh fleißig Mist rein im Wachstum naja er gibt ja hoffentlich viele Ertrag noch ist hier kein äh das Ziel erziele hier aktiviert weil ich erstmal die Ernte einfahren möchte ja so viel Mist ist gar nicht Anhänger voll oh ich würde Anhänger ist voll äh alt Null und ja das passt noch tschüss ja das macht ja schön alleine das klappt aber ich mach trotzdem immer mit Flügen fertig dann können wir da oben die Aussaat äh auch äh anfangen Silo Gras und das hat Gras von äh 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 die Wiese gerade wo ich gerade mähe ja bei mir ist heute Freitag ich mach jetzt die Aufnahme ja he 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 eine große Aufnahme Session von ne äh äh Thüringen bis zum Arsch das mache ich heute alles fertig also nicht wundern dass ich heute für 14 Folgen die selbe Frisur habe aber mir stehen die Haare zu Berge zur Zeit äh Friseur da brauchen wir jetzt ein naja ein gültigen PCR Test und ich bin damit nicht ganz einverstanden dann verzichte ich am Friseur weil ich halte den PCR Test persönlich äh äh nicht besonders geeignet um etwas festzustellen was nicht da ist ne das kann nur ein Arzt so das ist das und die die Haare deswegen äh verzichte ich drauf ich schau mal so äh äh ja heute ne heute nicht vor paar Tagen war ja der Zettel dran wegen Planung für historisch Urlaub jahresurlaub habe ich Ende Juli und zwei Wochen immer groß drei Wochen Hilfsurlaub äh hat der Meister schon gesagt in der Untersprechung das wird nicht viel mehr sein wir haben sehr viel Arbeit bei gut drei Wochen habe ich das ja nur gehabt aber das ist ja auch eine schöne Zeit ne aber das war noch eine Weile hin deswegen würde ich jetzt keine großen Pläne machen aber wann genau ich dann nach zu mir nach Haus fahren werde wenn es noch möglich ist äh ja ich schätze mal in der Woche in der Mitte dann habe ich eine Woche Zeit äh mich äh äh hier die Folgen äh aufzunehmen vorzubereiten dann kann das hier entsprechend weitergehen ohne dass ich vorher Stress hätte und meinen Stress habe ich sowieso nicht ich schaffe dann schaue ich das nicht es gibt Wochen da hat man mehr ja dass man besser drauf an einer Sache aber die Woche war ich im Großen und Ganzen echt müde so mein Kollege möchte nun in die Türkei fliegen äh es kann natürlich sein dass ich da vielleicht schon machen muss äh sogar sehr wahrscheinlich wenn er in den Urlaub bekommt dann muss ich mal schauen ich das noch reiche kriege aber ich habe das Wochenende noch ne zur Not äh äh nach dem Wochenende ist ein, zwei Folgen Uhr drei ist auch nicht so tragisch hab ich das früher auch so gemacht heute ist bei mir Freitag von daher ist alles gut ne um sechs zu fünfzehn ne so so dieser Ton tun uns gut auf wem noch ne so ein Wetter ist hier ist doch noch so naja bin ja gespannt wann das äh der Geo Mod endlich äh anders aktiv wird ne ansonsten muss ich zur Not halt präzise umstellen auf auch nass erden können aber das wurde ja eigentlich nicht es wäre ja mal schade alles vorbereitet wir können sofort bei Getreide beginnen im Weizen und Gerste ja da geht nix ne wir sind im Haus eh nicht reif ne das ist ja normal so ne ja hier flüge ich deswegen weil hier wurde angeregt zu flügen da um die Minuten zehn prozent glaube ich die wollte ich schon nicht äh deswegen nicht nehmen lassen ne ansonsten kommt hier wieder Gras rein ja den Wald da habe ich Probeweise mal gemacht dem Sägewerk da würde ich im Notfall weitermachen wenn das Wetter technisch nix anderes geht ne aber so schau mal ne also gehen Gras haben muss ich hier nicht umflügen sondern auch direkt also in dem Sinne sondern nur in Anführungszeichen was hier äh an großen grünen Flächen zu sehen ist ne so wie die Ecke hier zum Beispiel aber die Sonnenfälle müssen eh geflügt werden nachher die entschuldigt nach der Ernte auch wenn die Flüge noch Tja es geht weg auf ne und ja die Rehe drehen durch ne zu 20% 84% die Verlügung ist auch ein bisschen realistisch geschuldet denn in der Theorie wäre das so auch nach Praxis dass keiner bei Regen flügen würde bald die Räder sich komplett äh verabschieden also richtig äh durchdrehen bringt das nichts aber ich schau mal noch ein bisschen hier fertig fliege und dann nachher werde ich gleich die Ballen einsammeln und so dann muss ja hier die Aussage gemacht werden das werden wir auch gleich machen auch normales Gras halt ne das Gras soll ja überwiegend für die Kühe sein überwiegend oder mal für Heu wenn das Wetter das zulassen würde oder wir müssen die Heutraffnung kaufen aber da weiß ich aktuell nicht wo es instehen soll da oben im grünen Bereich vielleicht die Möglichkeit so dass kein äh Druckkurs von Autodrive da am Wege wäre ne damit wir da nicht viel ändern müssen ist ja schlecht oder ich muss mal eine Fläche kaufen die bisschen kleiner ist ohne separat äh extra ja nicht Hof aber so eine Art Position im Standwerk ne naja ich habe mich gemacht mit Felscanner und dadurch ist der ganze Bereich hier komplett schon kann man sagen das machen wir jetzt aber auch so mach ich nur ein bisschen nacharbeiten äh die Fehler haben keine Kollision da kann man durchfahren sonst wäre es hier schwierig gewesen wird allgemein mit der Arbeit ja das soll es auch schon für heute gewesen sein für die heutige Folge erste Folge nach rund 18 Minuten ja dann sind wir schon dank fürs reinschauen ja dann tschüss tschau tschau und dann wünsch dir noch anderen schön Restwochenstart gibts ne ein guten Wochenstart für neue Woche muss ja auch sein ne ja dann tschüss tschau tschau und freue dich sehen wir uns mal wieder tschüss